In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese süße Mütze für ein 0 bis 3 Monate altes Baby nachstricken könnt. Ihr braucht dafür ein Nadelspiel der Stärke 5 und Wolle. Als erstes werden 14 Maschen pro Nadel angeschlagen, sodass ihr 56 Maschen insgesamt habt. Ihr schließt die Runde und strickt dann im Bündchenmuster eine rechte und eine linke Masche und das 7 Runden hoch. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Bündchen ist fertig. Als nächstes strickt ihr in Runden rechte Maschen bis ihr 15 Runden gestrickt habt. Das Bündchen ist fertig. Jetzt kommt die erste Abnahmerunde. Dazu werden auf jeder Nadel die 6. und 7. Masche zusammengestrickt und zwei Reihen rechte Maschen gestrickt. Dann schießt ihr hier auf jeder Nadel な栩商 course. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 In der zweiten Abnehmerunde werden auf jeder Nadel die dritte und vierte Masche zusammengestrickt und zwei Reihen rechte Maschen gestrickt. In der zweiten Abnehmerunde werden auf jeder Nadel die zweite und dritte Masche zusammengestrickt und zwei Reihen rechte. Zwei Reihen rechte Maschen gestrickt. In der letzten Abnehmerunde werden auf jeder Nadel die erste und zweite Masche zusammengestrickt bis nur noch zwölf Maschen insgesamt übrig sind. Mit einer Stopfnadel werden die Maschen zusammengezogen und die Fäden vernäht. Super! Fertig ist die Mütze. Super! Super! Untertitelung des ZDF, 2020